Heute zeige ich euch das kooperative Spiel E-Mission. Ich erkläre euch, wie das Ding funktioniert, was da alles drinsteckt und sage euch, warum ihr euch das unbedingt mal anschauen solltet. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und ich zeige euch heute E-Mission. Das Spiel heißt im Original Daybreak, bei uns E-Mission ist ein kooperatives Spiel für ein bis vier Spiele ab zehn Jahren. Dauer wird mit 60 bis 120 Minuten angegeben und ist bei uns bei Schmidt-Spiele erschienen. Autoren sind Matt Leacock, den kennt ihr vielleicht von verschiedenen kooperativen Hits, wie zum Beispiel Pandemie und Matteo Menapace. Und warum ich ein extra Video jetzt zu diesem Spiel mache, ist, weil ich tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung jetzt mit dem Spiel gemacht habe in den letzten Wochen. Ich habe das nämlich am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, relativ ignoriert. Vor allem, weil mich das Artwork nicht besonders angesprochen hat. Und jetzt habe ich es ein paar Mal gespielt und muss sagen, was mir wirklich sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, wie das Thema hier mechanisch in einem Brettspiel umgesetzt worden ist. Es geht hier nämlich darum, dass wir als verschiedene Nationen auf der Welt den Klimawandel versuchen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, also die globale Erderwärmung versuchen zu verlangsamen, indem wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Und da schlüpfen wir in die Rolle von verschiedenen Regionen der Welt, die USA, Europa, der globale Süden und China. Und jeder Staat ist sozusagen schon mit einem bestimmten Energiebedarf und auch mit einer bestimmten Energieproduktion, teilweise aus noch schmutziger Energie, teilweise schon aus sauberer, regenerativer Energie. Wir haben eben verschiedene Industrien, Viehzucht, Verkehr und so weiter, alles Mögliche, was Emissionen verursacht. Und dadurch produzieren wir natürlich sehr viel CO2. Und am Ende einer Rundenrunde gucken wir immer, wie viel CO2 produzieren wir denn insgesamt global und was kann der Planet verkraften aufgrund der Wälder und der Meere und so weiter. Also alles, was CO2 binden kann. Und alles überschüssige CO2 führt dann dazu, dass die Erde sich langsam erwärmt. Und das führt dann im Laufe des Spiels zu verschiedenen Krisen, die uns vor neue Herausforderungen stellen, die quasi also das Ganze immer ein bisschen bedrohlicher machen und noch schwieriger, dass wir unsere Projekte umsetzen können. Und das versuchen wir eben zu verhindern, beziehungsweise entgegenzuwirken, indem wir verschiedene Projekte umsetzen, um dann irgendwann den Wendepunkt herzustellen, dass wir quasi irgendwann unsere CO2-Emissionen so weit runterbringen, dass unser Planet es noch verkraften kann und wir damit die globale Erderwärmung stoppen können. Das Interessante ist, dass Matt Leacock und Matteo Menapace sich tatsächlich auch über das Thema gefunden haben. Also Matt Leacock hat an diesem Spiel schon gearbeitet und wollte einfach was zum Klimawandel machen und das spielerisch umsetzen. Matteo Menapace hat dann quasi auf Twitter mit ihm Kontakt aufgesucht, weil er auf einen Artikel von ihm reagiert hat. Und so kamen die beiden ins Gespräch und haben dann festgestellt, dass sie da sich sehr gut ergänzen und gemeinsam eben dieses Thema ganz gut umsetzen können. Und was mich, wie gesagt, vor allem fasziniert hat, ist, dass das Ganze mechanisch eben auch wirklich gut, solide umgesetzt worden ist und das Spiel eben nicht mit einem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern das Thema wirklich sehr interessant umsetzt. Mechanisch haben wir hier so eine Art Kartenmanagement-Spiel. Das heißt, jeder startet, wie gesagt, eben mit seiner eigenen Region, mit seinem Energieverbrauch, mit seinen Industrien und hat auch so ein paar verschiedene Marker bei sich auf dem Tableau, die so ein bisschen gesellschaftliche Stabilität und Natur und Infrastruktur und so weiter symbolisieren. Und jeder von uns hat fünf verschiedene Projekte schon am Laufen. Das sind Startkarten, die liegen bereits in der Auslage. Damit können wir dann, wenn wir dran sind, verschiedene Aktionen machen. Und das Ganze funktioniert dadurch, dass wir immer am Anfang einer Aktionsphase fünf verschiedene Projektkarten ziehen, also per Zufall von einem Stapel. Und dann können wir mit diesen Karten verschiedene Aktionen machen. Wir können entweder Karten als Bezahlungsmittel einsetzen, um bestimmte Projekte, die wir in der Auslage haben, zu aktivieren, um dann zum Beispiel dreckige Energie loszuwerden oder mehr regenerative Energie zu erzeugen oder eben unsere Industrie reduzieren, also irgendwie unsere Emissionen reduzieren. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir neue Projekte auslegen. Da überschreiben wir sozusagen immer wieder andere Projekte und legen die dann drüber. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Projekte aufwerten, indem wir die Karten dahinter stecken. Denn man sieht quasi überall rechts oben sind das so kleine Tags, so kleine Symbole. Und die sind wichtig, damit wir uns eine Art Mini-Engine aufbauen, damit wir Projekte verstärken, verbessern können und die Effekte eben halt stärker ausnutzen können. Und das ist im Endeffekt das, was wir in dem Spiel hauptsächlich machen. Was auch sehr interessant ist, dass wir das alle gleichzeitig machen. Also wenn die Aktionsphase beginnt, ziehen wir alle unsere Karten und dann legen wir quasi alle los und versuchen alle unser kleines Tableau da besser zu machen und eben an unserer Emission zu arbeiten. Wir können natürlich jederzeit miteinander kommunizieren. Wir können teilweise auch bestimmte Sachen austauschen oder an gemeinsamen Projekten arbeiten, wobei die Interaktion schon eher reduziert ist. Also man arbeitet schon eher für sich. Man muss aber trotzdem halt gucken, dass wir insgesamt als verschiedene Teile der Welt unser Ziel gemeinsam erreichen. Das ist sozusagen der Hauptmotor. Eingebettet ist es in eine Rundenstruktur. Also wir spielen insgesamt über sechs verschiedene Runden. Am Anfang einer Runde ziehen wir erstmal verschiedene neue Krisen. Da ist eine auch schon offen. Die wissen wir also quasi schon, was auf uns dazukommt. Andere sind noch verdeckt. Die überraschen uns dann eher am Ende der Runde. Dann ziehen wir zwei globale Projektkarten. Da können wir eine davon auswählen und ein Projekt starten, an dem wir dann arbeiten wollen. Das müssen wir dann quasi auch erstmal freischalten, indem wir da Karten hinspielen im Laufe des Spiels. Und wenn das dann mal aktiviert ist, gibt es uns Möglichkeiten, die wir alle Spieler nutzen können, wo wir teilweise uns auch gegenseitig unterstützen können. Dann kommt, wie gesagt, diese Hauptphase, wo wir an unseren Projekten arbeiten. Danach schauen wir, wie viel Energiebedarf haben wir eigentlich. Der steigt nämlich im Laufe des Spiels auch immer. Logischerweise, weil unsere Bevölkerung natürlich wächst und auch der Energiebedarf insgesamt wächst im Laufe der Zeit. Und dann schauen wir, wie viel CO2 wir produzieren, also wie viele Emissionen, und gucken, wie viel kann die Welt davon noch aushalten. Und alles, was übrig ist an Würfelchen, die legen wir auf unsere Temperaturanzeige. Und wenn wir dann bestimmte Schwellenwerte überschreiten, dann müssen wir so ein 0,1 Grad Temperaturerhöhungsplättchen drauflegen. Dann steigt die Temperatur. Das führt dann wieder dazu, dass wir mehr Krisen in Zukunft ziehen, also mit mehr Sachen uns rumschlagen müssen. Und hat auch verschiedene andere Auswirkungen auf Bestandteile, die wir auf dem Spielplan sehen. Dass zum Beispiel die Meere irgendwie in Gefahr gehen oder dass die Wüsten austrocknen und dass also verschiedene Dinge Unheil bringen, mit denen wir uns dann auch noch rumschlagen müssen. Und unser Ziel ist eben, am Ende einer Runde so wenig CO2 zu produzieren, dass der Planet es noch aushält, dann die entsprechenden Krisen, die am Ende der Runde noch auf uns warten, zu überstehen. Und dann haben wir das Spiel auch schon gewonnen. Mechanisch hat mich das tatsächlich, obwohl es von Matt Leacock ist und wir eine große Weltkarte in der Mitte haben, weniger an sowas wie Pandemie erinnert, sondern eher an Terraforming Mars zum Beispiel. Also auch da bauen wir uns eine kleine Engine auf, bei uns in der eigenen Auslage, mit Karten, die wir weniger zufällig ziehen. Aber da müssen wir quasi überlegen, was wir mit den Karten machen, wie wir die gut umsetzen und wie wir dann unsere kleine Engine aufbauen. Wobei das hier ganz klar ein eher taktisches Spiel ist. Also hier geht es eher darum, immer so kleine Mini-Engines zu machen, dass wir zum Beispiel uns erstmal um den Verkehr kümmern. Und wenn wir dann irgendwann mal alles auf Elektroautos umgestellt haben, dann brauchen wir diesen Teil der Engine eigentlich gar nicht mehr. Und dann können wir quasi die Projekte wieder überschreiben und können andere Dinge wieder damit machen. Also es geht hier nicht darum, so eine Langzeitstrategie zu entwickeln, sondern es geht eher darum, so immer wieder sich einzelnen kleinen Dingen zu widmen, um die Gesamtsituation zu verbessern. Das ist mechanisch ganz interessant, vor allem, weil wir alle gleichzeitig miteinander spielen. Also es gibt keine sogenannten Runden oder Züge, dass wir quasi immer warten müssen, was macht der Nächste jetzt und dann kommt man irgendwann wieder dran. Sondern alle machen das mehr oder weniger gleichzeitig. Dadurch läuft das Spiel auch relativ schnell und relativ flüssig. Wobei es auch sein kann, dass irgendjemand zum Beispiel mit seinem Zug schon fertig ist, weil er relativ schnell gearbeitet hat und dann muss man halt noch auf die anderen warten. Aber generell finde ich dieses parallele Arbeiten an den Projekten ganz cool. Es ist aber ganz klar eher ein taktisches Spiel. Und man muss auch sagen, da ist eine Menge Zufall auch drin. Also sowohl die globalen Projekte, als auch die Krisen und vor allem auch die Projektkarten werden halt alle einfach verdeckt gezogen. Und da muss man einfach was draus machen. Ich finde, das fühlt sich auch sehr thematisch an. Wir müssen dann immer das Beste aus der Situation machen. Aber der ein oder andere Strategiefuchs ist vielleicht durch so viel Zufall da ein bisschen abgeschreckt, weil er sagt, er möchte einfach ein bisschen mehr Planbarkeit gerne in seinen kooperativen Spielen haben. Das, was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist, wie das Thema hier umgesetzt ist. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es in allen Bereichen dieses Spiels wiederzufinden ist. Es geht schon mal damit los, dass das Spiel nicht mit einem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, du, 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 ihr seid alle schuld, dass die Erde zugrunde geht. Ihr müsst Plastik trennen und ihr müsst die Gläser zum Container bringen und ihr dürft dies und jenes nicht machen und bitte nicht mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen und so. Sondern das Ganze geht quasi um die globale Perspektive. Also wie muss man sozusagen als Länder und als Nationen mit dem Thema umgehen? Was können wir tun? Welche Projekte können wir umsetzen? Welche technischen Innovationen können wir umsetzen, um sozusagen den Klimawandel aufzuhalten? Und gleichzeitig muss man aber auch immer darauf gucken, dass man die Energieversorgung der eigenen Bevölkerung gewährleisten kann. Das ist ja quasi auch genau die Krux, dass wir nicht einfach sagen können, wir hören einfach jetzt alle mit Braunkohle und so weiter auf, sondern wir müssen halt eben schon gucken, dass die Menschen mit Energie versorgt werden. Und das wird auch in diesem Spiel hier abgebildet. Das Nächste, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Art und Weise, wie man miteinander interagiert. Also ich habe schon gesagt, für manche ist es vielleicht ein bisschen zu wenig Interaktion. Also man wuselt schon sehr viel auch vor sich hin. Also für kooperative Spiele ist es fast ein bisschen wenig. Es passt aber thematisch total gut, weil natürlich jeder erst mal auf sich bedacht ist und guckt, dass es seiner Nation gut geht. Und gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, was die anderen machen und kann dann eben auch mit verschiedenen globalen Projekten sich gegenseitig unterstützen. Aber diese Zweischneidigkeit wird hier auch ganz gut abgebildet. Was thematisch auch sehr gut passt, ist die Tatsache, dass das Spiel relativ schwer ist. Also es ist nicht einfach, dieses Spiel zu gewinnen, wenn man es unter normalen Bedingungen spielt. Es gibt da in der Anleitung eine Tabelle mit vielen verschiedenen Setup-Möglichkeiten, wie man das Spiel auch insgesamt ein bisschen leichter oder schwieriger gestaltet, abhängig von der Spielerzahl. Es gibt auch noch so einen kleinen Stapel mit Extrakarten. Da kann man auch nochmal zusätzliche Herausforderungen reinbringen oder ein paar Boni. Also auch da kann man die Schwierigkeit entweder ein bisschen vermindern oder erhöhen, damit man einfach quasi genau den Schwierigkeitsgrad findet, der einen vor eine Herausforderung stellt. Aber im grundsätzlichen Setup ist es schon eher ein schwer zu gewinnendes Spiel. Und ich finde, das passt thematisch auch total gut. Es wäre natürlich ein bisschen albern, wenn man irgendwie so ein schwieriges Unterfangen wie den Planeten zu retten in der ersten Partie schon gleich gewinnen würde. Also auch da spiegelt sich das Thema wieder. Und das i-Töpfelchen ist da noch, dass man sich zu all den Dingen, all den Projekten, die in dem Spiel passieren, zusätzlich weitere Informationen holen kann. Auf jeder Karte ist ein QR-Code drauf, den kann man einscannen und dann kommt man auf eine Webseite. Da findet man dann nochmal die Erklärung der Karte, wie die genau funktioniert, also spielmechanisch, aber eben auch jede Menge Hintergrundinformationen zu diesem Abkommen oder zu dieser Technologie, wo man wirklich noch was lernen kann, wenn man möchte. Leider ist es aktuell zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht auf Deutsch verfügbar. Da gibt es zwar die Erklärung der Karten, aber noch nicht die Hintergrundinformationen. Man kann auf der Seite dann aber auch auf die englische Sprache switchen und da findet man dann jetzt schon auch die verschiedenen Hintergrundinformationen. Und das finde ich irgendwie sehr cool, denn wir sind hier nicht dazu genötigt, dass wir uns mit dem Thema noch tiefer auseinandersetzen. Wir haben aber die Möglichkeit. Das heißt, auch hier ist das Spiel jetzt nicht so super edukativ, dass es sagt, ihr müsst euch jetzt aber mit dem Thema auseinandersetzen, sondern ihr könnt es erstmal einfach nur spielen aufgrund des Spielspaßes, weil ihr die Herausforderung haben wolltet. Und wenn ihr dann eben Lust habt, euch noch weiter zu informieren, dann habt ihr da die Möglichkeit dazu. Was man vielleicht noch als Schwäche ansprechen muss bei dem Spiel, ist tatsächlich die Materialqualität und das Artwork. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dieses Artwork hat mich nicht reingezogen in das Spiel. Und auch jetzt nach einigen Partien ist es immer noch so, dass ich mich zwar daran gewöhnt habe, an das Artwork, aber so richtig catchy finde ich es immer noch nicht. Und auch die Materialqualität ist eher so mittelmäßig, gerade so die Playerboards, die sind sehr dünn und die sind jetzt nach vier, fünf Partien schon so ein bisschen halb am Auseinanderfallen. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr reinstecken können. Was man dem Spiel aber zugute halten muss, ist, dass es natürlich vollkommen aus Pappe, Holz, Papier hergestellt ist, also auf Plastik verzichtet. Das ist auch gerade jetzt, was die deutsche Produktion angeht, sehr nachhaltig produziert ist. Also da passt natürlich auch wieder das Thema dazu. Wäre irgendwie auch komisch gewesen, wenn sie das dann nicht gemacht hätten und da ganz viel Plastik in die Schachtel mit reingepackt hätten. Aber es ist jetzt sozusagen eher so Mittelmaß, was die Komponentenqualität angeht. Auch das Inlay ist jetzt nicht besonders schön. Ich finde es zwar super, dass sie auf Plastikbags verzichten, aber wenn man die Sachen einfach so in die Kiste reinschmeißt, dann fällt halt auch irgendwie alles durcheinander. Also da hätte man sich fast gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr investiert worden wäre, aber dann wäre das Spiel wahrscheinlich ziemlich teurer geworden. Also das Spiel hat auch seine Schwächen. Ein paar Sachen habe ich ja schon angemerkt. Ich finde, dass es ein bisschen wenig Kooperation ist für ein kooperatives Spiel. Da gibt es andere Spiele, die mehr Interaktion zwischen den Spielern erlauben. Es ist ein sehr taktisches Spiel, also kein Langzeitstrategiespiel mit auch einem nicht unerheblichen Glücksfaktor. Das mag den einen oder anderen auch abschrecken. Und wie gesagt, Material ist jetzt auch eher so Mittel. Aber das Thema ist hier einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Und das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal von diesem Spiel. Und warum ich es trotzdem empfehlen würde, das Spiel unbedingt mal sich anzugucken oder zu spielen, weil ich mir wünschen würde, dass noch mehr Autoren Lust bekommen, gesellschaftspolitisch relevante oder historisch relevante Themen umzusetzen. Und zwar genau auf diese Art und Weise. Nämlich, dass man nicht sagt, ich möchte einfach nur eine Message rüberbringen und eine Botschaft rüberbringen und dann ziehen wir mal irgendwie so ein halbherziges Spiel drumherum, sondern dass man wirklich sich Gedanken macht, wie kann man hier ein interessantes, cooles, herausforderndes Spiel machen mit interessanten Mechanismen, vielleicht auch ein bisschen was Innovatives reinbringen, wo der Spielspaß erstmal im Vordergrund steht. Und alles, was sozusagen thematisch drumherum gebaut ist, als Zusatz-Add-on mit dabei ist, man dieses Thema fühlt beim Spielen und auch Lust bekommt, sich damit mehr auseinanderzusetzen, ohne aber das Gefühl zu bekommen, man kriegt hier die Pistole auf die Brust gesetzt und man muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Und genau diese Art und Weise würde ich mir ehrlich gesagt bei vielen Spielen wünschen in der Zukunft. Würde man da wünschen, dass mehr Autoren und Verlage den Mut haben, auch solche Sachen spielerisch umzusetzen und dann eben auch genau auf diese Art und Weise. Und deswegen finde ich, auch wenn das Spiel ein paar, sag ich mal, Schwächen hat und es jetzt sicherlich nicht mein Lieblingskooperatives Spiel werden wird, fand ich es so interessant, dass ich mir wünschen würde, dass ihr euch das auch mal näher anschaut, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und ich hoffe, dass ich euch damit jetzt eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gegeben habe, was das für ein Spiel ist und warum es mich so fasziniert hat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.